Guten Tag Freunde der teuren Investitionen. Pünktlich zwei Wochen zu spät habe ich euch mal wieder traditionell zu Jahresbeginn ein Ballisson mitgebracht. Das bisher wohl teuerste Messer in meiner Sammlung. Wie es dazu kommt, erkläre ich euch jetzt. Und zwar habe ich am August, wo das Messer noch auf DH-Gate verfügbar war, mir dort bestellen wollen. Das Problem war dann, als ich es bestellt habe, war es kurz danach offline. Also es war nicht mehr verfügbar auf der Seite. Dann hat es sich zugetragen, dass ich auf eine Bestätigung gewartet, dass wenigstens die Bestellung noch eingegangen ist. Da kam aber leider nichts. Und deswegen habe ich halt trotzdem noch gewartet, weil ich ein wohl sehr geduldiger Mensch bin. Und ja, das Problem ist, es kam nie was an. Weder eine Bestätigung noch das Messer. Das Geld habe ich dann leider dort nicht wiederbekommen. So, das zweite Mal, als ich versucht habe, das zu bestellen. Ich habe es insgesamt dreimal bestellt. Das war bei Wish, weil es dort für eine kurze Zeit zur Verfügung stand. Da hatte es auch ein bisschen weniger gekostet. Leider war das genau dasselbe Spiel. Ich habe es mir bestellt. Ich habe keine Bestätigung bekommen, dass eingegangen ist, die Bestellung. Ich habe auch keine Versandbestätigung bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Auch nicht das Messer. Aber das Geld habe ich an dieser Stelle wiederbekommen. Und dann habe ich es kurz vor Jahresende noch einmal bestellt. Und das war das dritte und letzte Mal, habe ich mir gedacht. Und diesmal kam am Anfang auch keine Versandbestätigung oder eine Bestätigung, dass überhaupt irgendwas eingegangen ist. Dann hatte ich kurz darauf die Bestellung storniert gehabt und war dann ein bisschen frustriert, weil ich das Geld dadurch natürlich auch nicht unbedingt direkt wiederbekomme. Später dann habe ich von The Edge Gate vom System noch eine Nachricht bekommen, ob ich meine Bestellung wieder aufnehmen möchte. Das habe ich dann schlussendlich auch gemacht. Und voila, es ist endlich eingetroffen. Das hier ist jetzt das gute Stück und ich habe auch schon nachgeguckt. Es ist das Richtige. Hier auf der Vorderseite steht nochmal The One mit einem sehr schönen Logo. Und hier drinnen befindet sich das Messer. Das habe ich schon jetzt seit einer Weile rumliegen. Ich habe das Video schon mal gedreht. Fand es scheiße. Dreh es jetzt nochmal. Ja, so sieht das Ding aus. Es ist ein sehr wunderschöner und leichter Trainer. Dazu kam noch eine extra Hardware, damit man, falls irgendwas kaputt geht oder verloren geht, die Teile nochmal ersetzen kann. Plus eine Nylontasche mit einer sehr schönen Verarbeitung und einer schönen Form. Aber egal, das legen wir mal zur Seite. Wir wollen uns ja das Messer hier anschauen. Das Letge habe ich vorsorglich schon mal raus gemacht. Ich persönlich finde es überflüssig bei einem Ballistong Trainer. Und ja, ohne Letge flippt es sich sowieso viel besser. Wie man offenbar sieht, habe ich auch schon sehr viel Spaß damit. Dann gucken wir uns jetzt mal ein bisschen was dazu an. Wir haben hier eine sehr schönere Oberfläche auf den Handles. An den Seiten ist alles glatt geblieben. Hier hinten haben wir nochmal Spacer, die von drei Schrauben zusammengehalten werden. Und hier haben wir eine Sandpin-Konstruktion. In einem, wie man schon gesehen hat, Sandwich-Design. Die Klinge erinnert mich so designtechnisch so ein bisschen ans Jerry Home Basilisk, was ich hier jetzt mal dazu gelegt habe. Und die Messer sind eigentlich auch nahezu identisch von der Größe her. Von der Verarbeitung sind die halt nochmal ein bisschen unterschiedlich. Hier hört man den Sound vom Basilisk und hier hört man nochmal den Sound vom Jerry Home. Das ist um einiges leiser. Man könnte es schon fast mit dem Rap vergleichen. Und ja, meine Katze spielt gerade in der Gardine. Was ich auch ein bisschen jetzt lustig und seltsam zugleich finde, ist, dass es sich ein bisschen schwerer anfühlt als das Triton, was ich vorgestellt habe. Es aber genau genommen leichter ist. Genau um 2,5 Gramm. Für mich ist es soundtechnisch auf der gleichen Höhe wie das Replikant und das Alpha Beast. Man könnte sagen, es ist so eine Art Kombination der beiden vom Sound her. Es hat auch ein schönes, ordentliches Gewicht. Das Balisson selber ist sehr leise. Also man hört hier vielleicht nur ein leichtes Klicken ganz leise, weil es hat sehr wenig Handleplay. Aber da habe ich auch schon selber ein bisschen nachgeholfen. Also original muss man die Schrauben vielleicht noch öfters mal nachziehen. Ich musste nach ungefähr jetzt der ersten Woche mal die Schrauben einmal nachziehen und habe dann Locktite reingemacht. Und habe da einen Paracord reingemacht. Und ja, seitdem musste ich jetzt die Schrauben nicht mehr nachziehen. Ich habe das jetzt schon so seit ein, zwei Wochen bei mir rumliegen. Wir haben hier auch einen wunderschönen Klingenfall. Ich habe die Schrauben wirklich bis zum Anschlag angezogen. Und das Balisson wird dadurch nicht blockiert. Also es ist wirklich von der Erarbeitung genauso wie das Home. Nur dass es halt leiser ist. Wir können es ja nochmal kurz vergleichen. Das klimpert so ein bisschen rum. Das ist persönlich nicht wirklich das Wahre beim Flippen, finde ich jetzt. Da finde ich diese Variante, wo das so schön leiser ist, schon viel angenehmer. So, dann kommen wir mal ganz fix zu den technischen Daten. Wir haben eine Klinge mit 10,8 cm Länge. Aus welchem Stahl weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich gehe in dem Fall dennoch von dem 440er C aus, weil auf den anderen Seiten wird es auch nur mit 440er C angeboten. Wir haben einen Griff aus Titan mit 13,9 cm Länge. Wir haben eine Insgesamtlänge von 24,7 cm und ein Gewicht von 128 Gramm. In den Handles verbirgt sich zusätzlich noch die Konstruktion für das Latch und für die Zine Pins. So, und jetzt wo wir da wieder zurück sind, sage ich euch mal eben noch mein Fazit. Also, das Messer ist in einer wirklich sehr schönen Aufmachung. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn man diese Riffe auch hier an den Seiten gemacht hätte, weil dann kann man noch weniger wegrutschen. Das Finish selber ist wirklich sehr gut geworden. Die Handles haben auch ein sehr schönes Finish und sehen auch wirklich sehr gut aus, genauso wie die Klinge. Bei der Klinge ist mir aufgefallen, das sieht man jetzt aber leider nicht. Hier ist beim Schleifen ein kleiner Fehler aufgetreten und zwar ist hier eine Kante gewesen. Das hat man eigentlich gut gesehen, wenn man das ins Licht hält, aber offenbar sieht man das hier auf der Kamera jetzt nicht. Das Design finde ich optisch auch sehr ansprechend. Wir haben hier eine kleine Anlehnung an Benchmade, finde ich jetzt zumindest. Und ansonsten ist es wirklich im Grund und Ganzen ein sehr guter Flipper. Würde ich auch öfters mal mitnehmen, wenn es jetzt für mich nicht so sau teuer gewesen wäre. Und damit möchte ich mich verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.